hallo freunde des geile youtube sports willkommen hier auf brasilien sind wir jetzt mit dabei da lieber kamelo brasil hallo freunde ja ich bin mal gespannt wie sich diese strecke fahrer ist da das letzte renn ja einigermaßen sonnig ab wie gesagt ja in sao paulo so zwei netter einblick auf die strecke haben so ein schönes bild ausgesucht dafür muss man sagen ja schön mit dem mit der niedrigen sonne und so aber man sieht schon geht wieder auf und ab diesen diesen blendungseffekt haben soll natürlich auch gut reingekriegt ja ja kann man nicht meckern mal gucken bin gespannt was wetter schon sagt das ist brasilien jetzt mexico war eben training ist bewölkt qualifien ist sonne und bewölkt und rennes regen aber nur leichtes trüppeln grüner jetzt muss man hier in brasilien da wurde schönste ist aber gut in brasilien ist ja nahedings tropen und so weiter da regnet so immer öfters dann obwohl ich gerade schon drauf gedrückt habe oh nein das ist der scheiß boxen ausfahrt aber jetzt roten spoiler gefahr wegen der kacke da dann kommst du halt gleich noch mal rein deswegen ich lass den bild ganz einfach ein bisschen länger an passiert da auch nichts war das lange strecke also wieder 12 13 runden ich wollte einen spruch sagen über brasilien aber ich denke gerade nach von wien diesel fast sieben es ist brasilien erinnert mich irgendwie bin ich geil respekt aber nachdem man aus der box rauskommt kann man schön pin geben rauskommt kann man schön und ich so schnell bei mir rein freundlich jetzt weitergefahren hätte ich schon eine zeit gehabt da muss aufpassen die körper sind ja manchmal so ein bisschen wie regen rin und da kann man dann schon mal jetzt mit voll speed hier oben rum und auf die lange gerade war echt scheiße finde mit dem controller so gut zu machen du musst immer irgendwie dieses dieses ruckartige lenken weißt du dieses dieses naja wenn du nach links links da zieht ja komplett nach links rüber und das war es dann heißt du kannst du nicht so schön die kurve im geschmeidigen gang durchzimmern komisch das lenkrad zulegen das wäre doch mal was das damit mal ausprobieren wie speed und so ja und damit schalten und so weiter mal gucken wäre natürlich mal was weil die kurven darf man die echt nicht unterschätzen alter schwede da schon wieder ich hasse die boxen ausfahrt die ist viel zu lang da viel zu langsam egal da war komplett rum na hauptsache ist meine zeit gefahren mal gucken was wert ist boxen stopp schon wieder grausam was aber auch ein verschleißer material du schon wieder rot das war vorbei ich hab auch mal noch scheiße am rad da fahr ich jetzt einfach mit roten spoiler hab keine bock jetzt schon wieder rein wegen so einem scheiß ding da ja da langsam kein spaß mehr ja eigentlich voll für den arzt mit dem roten spoiler aber was willst du machen ja die boxen einfahrt ist ziemlich schillig und die ausfahrt ist ziemlich kacke aber geht eigentlich so lang ist die strecke gar nicht weil du kannst die runde in 1 15 durch bei landes wegen frage ich warum der fest hat mir ja so kriegt alter als bremsklotz ausgespüßt sondern anker vom schiff warum man diese kurve das ist ja und mit dem roten spoiler kommt es um keine gute kurve besonders nicht hier in brasilien lange der dänte kurve auch wieder kacke so einmal reifen wechseln und dann wieder los fahr ich jetzt doch noch ja kommt sonst habe ich ja gar keine zeit mehr das ist ja kacke ey wusste ich ja na komm ja er zum d2 alles klar ja was machst du denn hallo war die karte kaputt habe ich wenigstens meine ruhe jetzt habe ich aber die faxen dicke ey boxen stop bestätigt du kannst damit in dieser runde reinkommen ja mach ich auch kann ich nicht tue ich auch ich bin ja am sechsten jetzt gefahren hätte ich vorher nicht abgekürzt hätte ich wahrscheinlich 1 14 gehabt anstatt 1 18 oder 1 16 vielleicht tja dann ist das dann immer ach guck mal da ist ja der virus ich nehme ich mit ja man will hier an der ende lang geraden gar nicht vom gas runter gehen man muss es aber leider ein bisschen mehr trinken mal die strecke lässt sich so gut fahren wenn man die passt wenn man keinen roten spoiler oder so hat einfach mit gefühl auf dem gas und dann da bremsen wo angezeigt wird die strecke ist so wie eine heiße brasilianerin viele kurven und ja darf aber ruhig ein bisschen abgespeckt sein die zu viele kunden auf 9 vom weg kann raus sind zehn von so ich sage erst mal buja ja ich will noch eine bessere zeit haben jetzt hier ich zitiere eine bessere zeit im poli fahren ich denke nur so hä so jetzt nimmt man halt die box ist doch einfach langsamer verwahrt und weiße linie ach ihr könnt mich doch alle mal ich passt extra auf damit ich da nicht drüber fahr oder kommt ihr mir so ihr seid doch köpfe es ist doch wieder drüber gefahren nein bin ich nicht die meinen dass ich darüber gefahren oh komm rum jochen jawoll alter der mutter hat so viel power da kommen die reifen gar nicht hinterher die packen das gerne ja allerdings ja dann schiebt nicht mein jungs ach hör doch auf man das hast vorhin schon mal gemacht ich will das aber nicht jetzt fahren sie alle raus jetzt musste mal echt mal eine gute zeit fahren sonst hast du gleich ich hab'n arsch frei jetzt bist du bis ich die nächsten erreiche aha du hast ein arsch frei so so ach man du bist doch der scheißkarre alter hör doch mal auf mich da so zu ärgern ey ja und jetzt fängt jeff wieder an zu nörgeln vorne links hat er sich kaputt gefahren der scheiß wird aber auch nie auf obwohl es geht eigentlich so viel ist gar nicht kaputt hola da sind die regenrinnen reingefallen so zwölf bist du ich schwör dir hör auf die reifen durchzudrehen du gehst mir auf nerven aber zwölf platziert immer alle haben so rot ich kriege so eine weiße reifen du hättest auch wechseln gehen können hätte ich ja irgendwann ja doch du bist doch so ein scheiß gaul ey dieser lappen der macht was er will ich hatte jetzt alle ja und wir sind die reifen schon ziemlich hin oder es ist wirklich dein flügel oder deine nase man ich hatte über eine sekunde gute zeit oder macht dieses moped wieder alles rumziehen da wurde nicht drauf wir beide ließt ne ich werde dann ja wohl nie waren hör auf da hör auf du 0 immer dieses quergetriften und hola die waldfege macht die karat einfach zu viel sanft Du bist doch... Du bist doch ein sizilianischer alter Bauernarsch. Hier, da. Meine Fresse nochmal. Geh mir diese Karre auf die Eier, ey. Geh mal dieses wegziehen. Ja, ja, sei ruhig. Fahrguck nicht auf wie ein Jeff, ey. Jetzt sagt er. Ja. Dann können wir nicht den Part beenden. Boah, ich hab echt keinen Bock mehr. Ich fahr gleich gegen die Wand mit dem Scheißding. Ah, hier, da. Geh, 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 geh. Dann ist immer so eine Scheißkurve, dann ich krieg beim Rennen, krieg ich jetzt schon Komplexe, glaub mal. Ja, das Problem bei dir ist einfach, du regst dich dann auf und machst so, tust, aber du baust dich nicht zurück und dann kriegst du auch nichts mehr geschissen. So, dann gucken wir doch mal eben auf die Zeiten. Joa, tut sich nicht viel mehr. Na, komm schon hier. Ach, dieses Menü, das... Ah! Na, wird das jetzt mal was? Danke. Ach, interessiert mich sowieso nicht. Können wir beenden? Können wir machen. Okay, Leute, dann sehen wir uns im Qualify wieder. Haut's denn. Ja, ciao. Okay, Leute, dann sehen wir uns